hallo liebe freunde auf dem kanal vom old gaming dead lp ja ihr werdet euch jetzt fragen was kommt denn jetzt auf jeden fall mal keine retro spiel deswegen wir jetzt einmal adakter da habe ich euch ja lang genug damit genervt wir steigen ein in ein ganz ganz neues spiel das nennt sich ost trifft und es wird entwickelt von einem ukrainischen entwickler aus scharkiv oder krieg tobt es ist ein simulations aufbau strategie spiel wir befinden uns hier im 18 jahrhundert in der ukraine und wir müssen ein dorf aufbauen und schauen dass unsere bewohner mehr werden und b überhaupt überleben dass auch handel blüht dass es geld reinkommt in die kasse und so weiter und so fort also ihr kennt ja solche simulations aufbauspiele angefangen von sim city über dort dort schlag nicht tot fällt mir jetzt der name nicht ein oder banished und das ist jetzt mal hier ein besondere art in dem spiel es ist sehr detail verliebt ich werde euch das auch so im detail zeigen und am anfang ja die ersten zwei videos vielleicht wäre ich euch ein bisschen viel über einzelheiten hier erzählen in dem spiel englisch kann man das spiel stellen und auf ukrainisch deutsch ist noch nicht implementiert soll aber kommen wenn das spiel so zu 90 prozent fertig ist was gibt es noch darüber zu sagen ja detail verliebt es ist auch ein bisschen anders wie bei vielen anderen aufbauspielen es ist wirklich hier ja sehr viel liebe ins detail gesteckt worden aber wir werden das alles noch im video sehen und dann wünsche ich uns einfach recht viel spaß bei dem spiel also wer action braucht zombies braucht mord und totschlag braucht der braucht sich dieses video oder diese videos die ich machen werde über ost trifft nicht anschauen der ist also komplett fehl am platz außer er hat wirklich mal eine musisch stunde wo er sagt jetzt werde ich mich einfach mal hinsetzen und werde einfach mal ein spiel angucken und es genießen beim zuschauen ohne herzklopfen zu bekommen etc jo ich würde sagen starten wir einfach einmal ihr seht im grundbildschirm schon mal hier unten thanks you for supporting ost trifft also ihr könnt dann hier draufklicken und könnt auch dem entwickler sofort ja einen report geben wenn ihr irgendwelche bugs festgestellt habt ich habe jetzt noch keinen festgestellt habe aber auch noch nicht allzu lang gespielt wir haben zurzeit eine auswahl von insgesamt sieben acht neun neun verschiedene maps wir können uns pinien angucken und wir können uns fichten anzeigen lassen oder unten also nicht oder und sondern entweder oder ne und ich finde dass diese zweite map ist eigentlich recht nice da werden wir auch anfangen und spielen ein neues spiel wir haben hier an eisen und limit also es geht nicht zu ende dieses eisen was wir finden werden da ist also sehr viel da steine sind limitiert und kalkstein ist auch limitiert das werden wir dann uns kaufen müssen unter umständen über die handelsrouten oder über die händler schauen wir mal wie wir das alles so hinbekommen und wir werden also mit dieser map hier werden wir einsteigen und wir sehen hier unten die kleine übersichts map und wir sollen jetzt hier oben nach anweisung ja handeln und sprich wir sollen uns jetzt einen ort suchen wo wir unser camp aufschlagen das ist also hier unser camp und wir werden unser camp werden hier oben platzieren und dann sehen wir schon die lustigen leute hier rumlaufen also sehr nett gemacht es gibt auch hier holzkarren mit denen material befördert werden kann wir haben hier unser lager wir sehen hier unsere ganzen leute in dem lager und hier sehen wir was wir haben wir haben also 1000 eisenstücke wir haben 1600 nägel und wir haben bretsch 4000 das ist also schilf und das brauchen wir damit mir wenn wir häuser bauen dementsprechend auch die dächer bedecken können mit ried mit schilf und jetzt brauchen wir natürlich erst einmal holz wir befinden uns im märz und ich mache jetzt mal eine pause während erzählen weil sonst läuft uns die zeit weg das werdet ihr sehen wenn ihr das spiel selber mal spielen werdet ihr müsst ihr schon ein bisschen rucki zucki rangehen und nicht rumtrödeln natürlich kann man hier mal verliebt sein in diese details und kann sich das hier angucken der rauch des feuers die leute sitzen hier auf die baumstämme das sind ihre provisorischen sitzplätze wir haben an ziehbrunnen und so weiter die zelte sind abgesteckt hier mit flocken und seil damit sie nicht vom wind weggeweht werden das ist also schon nice gemacht holzkisten fässer etc ja machen wir mal wieder weiter und wir brauchen jetzt erst einmal produktion und da brauchen wir eine forestry das heißt wir brauchen ein gebäude welches in der lage ist mit hilfe von arbeitern bäume zu schlagen und bretter daraus zu machen so jetzt müssen wir mal gucken was können wir denn machen wir können es drehen ja der eingang sollte liegen wo das ist eine gute frage mit der kamera bin ich noch ein bisschen auf kriegsfuß ihr seht ja aber das ist nicht so schlimm wir werden es hinbekommen wir werden jetzt einfach mal das so hinstellen da nicht aber hier hier werden muss hinstellen die die immer sorgen und dann fangen die das bauen an man sieht es hier oben wir haben also jetzt eine einheit angeklickt die gebaut werden soll und natürlich bauen sie nicht ist ja klar wir müssen wieder die pause rausnehmen und dann kommen unsere leute und bauen erst einmal mit dem vorhandenen material was sie haben diese sägewerkstatt holzerei baumfällerei forstamt ja kann man immer wie wir haben hier oben mehrere geschwindigkeitsstufen gamespeed mal 5 und gamespeed mal 12 wir können einmal kurz darauf klicken und dann sehen wir wie die hier loslegen und erst einmal das ganze material was sie benötigen wird jetzt erst einmal zur baustelle gebracht und was halt auch schön ist in dem spiel man sieht es jetzt die tragen hier balken für balken hin setzen das fundament es ist also nicht so klötzchenhaft wie bei vielen anderen simulation spielen wo man halt einfach ein haus irgendwo platziert und dann klatsch ist das haus da hier geht man also wirklich schon schön etwas ins detail und dann macht es auch spaß da einfach mal zuzuschauen wie die hier rumwerkeln ja während die hier rumwerkeln müssen wir natürlich gucken wir müssen auf jeden fall bis ende november müssen für für unsere leute insgesamt neuen häuser bauen weil der winter so streng ist und wenn die kein dach über kopf haben dann ziehen die aus also dann gehen die weg die verlassen dann hier diese region und wir können jetzt mal anfangen schon mal ein paar häuser zu platzieren aber nicht so weit weg weil die laufwege sonst unheimlich lang sind und das wollen wir vermeiden und jetzt schauen wir einfach mal wir klatschen einfach jetzt mal ein haus hier hin und mit f1 an ich bestimmen wie groß das grundstück ist kann man also hier anklicken und sagen wir machen das grundstück so und so groß und dann können wir natürlich dann auch zwischendrin straßen reinsetzen wir werden das einmal so machen ja und dann werden wir das haus nehmen und das haus wenn wir also auch produzieren hat es wohl wieder verkehrt machen wir das jetzt mal hierhin so wenig schief na gut man kann es auch bauen das ist eigentlich wurscht egal und dann können die hier ums haus rum laufen in ihrem garten und der rest vom garten der wird dann auch als garten wird der verwendet auch man nicht recht zusammen hier mit der steuerung so und hatte macht es jetzt nein was habe ich jetzt gemacht habe ich jetzt blödsinn gebaut ja wahrscheinlich jetzt ach so ja okay ich habe blödsinn gebaut aber das gehört halt mit dazu dass man mal ein bisschen blödsinn baut werden wir also noch einmal anfangen also wir setzen das haus nein du bist doch ein stück kopf jedes ist noch mit f1 jetzt geht es nicht mehr müssen wir es wieder abreißen ok so die leute kommen weg mit dir also noch einmal ja wir müssen uns da langsam mal dran gewöhnen das ist nämlich von der steuerung her manchmal gar nicht gar nicht so einfach und man sollte natürlich auch die grundstücke nicht unbedingt riesig groß machen es ist hat zwar sagen wir mal ein vorteil für die leute weil sie dann im garten mehr anbauen na komm weil sie im garten mehr anbauen können hat aber dann den nachteil dass er ja auch grundsteuer zahlen müssen und die grundsteuer richtet sich natürlich nach größe des objektes und dann nicht vergessen die enter taste drücken und dann wird dieses haus gebaut irgendwann mal sondern müssen wir jetzt recht weit rein zu mit damit wir sehen wo das grundstück abgesteckt ist wir sind noch im märz müssen auf jeden fall aufpassen so dann werden wir gleich ja es ist natürlich zu überlegen ob man jetzt zum beispiel alle häuser mit gärten macht ich glaube ich kann es mir nicht merken ob man alle häuser mit gärten macht oder ob mir zwischendrin keine gärten machen weil dann sind die bewohner die keinen garten haben gezwungen das angebaute obst oder gemüse je nachdem was die gartenbesitzer anbauen zu kaufen und dann verdiene die ja wieder geld das ist jetzt so die überlegung was 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 machen wir wir setzen die einfach dahin so konstruktion komplett also forestry ist komplett und ender taste habe ich gesagt nicht vergessen zu drücken ja also jetzt brauchen wir natürlich leute die da drinnen arbeiten wir setzen jetzt mal drei leute die sollen jetzt da arbeiten und holz schlagen und viel feuerholz machen so viel feuerholz brauchen wir am anfang eigentlich gar nicht wichtig ist dass wir holzstämme haben und dass wir gut also holzbretter haben dann haben wir drei arbeiter das muss erst einmal langen wir haben hier drinnen haben wir ja welche gut also die machen jetzt erst einmal holz man sieht sie auch dass sie jetzt rumlaufen und in den wald gehen und bäume schlagen schauen wir mal da gehen natürlich nicht weit ist logisch weil neben dran stehen ja ja schon die ganzen bäume diese dann abholzen und ja verarbeiten und dann hier ins lager reinbringen wir können natürlich noch ein zusätzliches lager könnten wir bauen damit wir massig viel hohe holz lagern können ist aber momentan nicht notwendig so wie schaut es denn da aus die bringe jetzt schon einmal das material zur baustelle und jetzt werden wir gleich werden wir werden wir werden jetzt wir werden noch mal eins bauen so f1 nicht vergessen zu drücken so machen wir es so und das haus das stellen wir auch da so rein oder mal andersrum das wäre blödsinn so das stellen wir also auch da rein so fertig und dann die enter taste nicht vergessen zu drücken und dann sollten wir ja auch dafür sorge tragen dass wir immer genug schilf haben schilf ist ja ganz wichtig und da werden wir noch mal hier schauen wir brauchen ja dann ja genau achso clay müssen wir auch noch machen ja dann machen wir erst einmal ein clay pit so wir sehen jetzt hier rote pünktchen und grüne pünktchen also bei rote pünktchen können wir keinen clay machen wir werden den hier oben hinsetzen dann sind wir noch voll im grünen bereich und sind nicht weit weg da geht es nicht da sind wir im roten bereich da ist die ausbeute nicht so gut da müsste ein baum weg wir könnten natürlich denen auch sagen dass er erst einmal da ein baum wegschlagen sollen aber das ist ein bisschen schwierig nein schwierig ist es nicht anzuzeichnen oder zu markieren aber es ist eigentlich nutzlos irgendwann müssen die bäume ja sowieso hier weg und warum soll man jetzt den dahin schicken einen weiten weg laufen lassen wenn es nicht unbedingt notwendig ist dann brauchen wir was habe ich gesagt wir brauchen noch machen wir mal pause wir brauchen tannere muss ich mal schnell gucken ne das brauchen wir nicht ja wo haben wir es denn für star windmühle bühnerstall schlachthof schweinestall kuhstall kerberei brauchen wir alles nicht schmelze brauchen wir nicht tongrube brauchen wir nicht kalkwerk auch nicht ja wo haben sie denn ach so wir haben wir haben ja hier noch ein zweites feld hohohohohoho genau wir haben ja noch ein zweites feld Jetzt schauen wir mal, Öl, Fischerei, Seife, Glas, Schnaps, Brauerei, Hopfen, Saline, Sattlerei, Rieddach, Setscheri. Ja, da ist doch die Setscheri. Okay, die müssen wir natürlich jetzt da setzen, wo Schilf ist. Und Schilf ist hier unten dieses grüne Zeug. Und dann werden wir das so drehen. So machen wir das. Ja, und da kommt dann als Arbeitskraft natürlich kein Mann rein, sondern eine Frau, logischerweise. So, was cannot find clay, du Trollkopf. Habe ich doch jetzt, ich habe doch das angeklickt, ne? Claypit, genau. All resources are collected. Create a clay pit to dig clay for your houses, ja. Ja, und dann baut es doch das. Warte mal. Dann schieben wir das einmal hier hin. Dann sollen die als erstes nach Dringlichkeit bauen, nämlich dieses clay pit. Wo sind sie denn eigentlich alle? Die Nasenbären. Achso, ich habe Pause gedrückt, ne? Ja, dann können sie ja nichts arbeiten. Äh, logischerweise, ne? Jetzt haben wir schon 23 Minuten und haben nichts fertig gebracht, weil wir Trollköpfe, oder ich Trollkopf, ne? Äh, die Pause-Taste gedrückt hatte. Aber na gut. Äh, wir werden uns an solche kleine Mankos, werden wir uns gewöhnen müssen. Ähm, jetzt ist natürlich mein Kopf von der Webcam da oben. Das ist ja auch nicht gut. Das, ähm, müssen wir mal ändern, ne? Wie machen wir denn das am plädsten? Ja gut, ihr seht die Häuser da oben. Da drüben haben wir auch keinen Platz. Oder? Könnten wir eigentlich machen, oder? Wenn ich mich jetzt hier drüben hinklatsche, ich weiß nicht, wie viele Felder da wieder auftauchen, ne? Das ist alles, äh, gewöhnungsbedürftig. Machen wir es halt so. Dann stört es vielleicht am wenigsten. Und dann müssen wir natürlich den, den Old Gaming Dead, den müssen wir ein wenig verschieben, ne? Setzen wir den hier unten drunter. Das könnte man machen, ne? Das stört es ja nicht, ne? Okay. Oder setzen wir dann vielleicht die Facecam da hin? Da stört es ja eigentlich auch am wenigsten, ne? Würde ich sagen. Wärt ihr damit einverstanden? Also ihr könnt mir das ja gerne in den Kommentar schreiben, ähm, ob das euch so genehm ist, dass es so passt. Ich möchte ja nicht allzu viel von der Spielfläche des Bildschirms jetzt hier, äh, durch mein Zeug abdecken. Das muss ja nicht sein. So, hat der jetzt das, äh, Ding gemacht. Ja, genau. Also, Clay Pit Hammer. Wir brauchen da auch keine Arbeiter einstellen. Die holen sich also dieses, äh, Lehmzeug, ähm, selbstständig für ihre Baustellen. Und, äh, da unten, da wird sich natürlich noch nichts. Das Haus wird nie fertig. Jetzt sind wir schon im April. Ja, ähm, werden wir es ja mal ein bisschen schneller laufen lassen, die, äh, Banausen hier. Naja, Banausen sind es ja noch keine, ne? Wir haben ja noch nichts Unanständiges gemacht oder nichts Böses gemacht. Und dann tragen sie jetzt erst einmal das Zeug hier zur Baustelle. Und dann müssen wir, ähm, ja, wir brauchen, woher wird es denn sein? Das ist die Tannery. Ähm, Carpentry. 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 Wie war denn das? Die, die Zimmerei. die Autos müssen ja auch repariert werden. Wenn sie kaputt gehen. Und dann können wir hier auch sagen, wer alles diese Autos bedienen darf. Also, äh, Männer, Frauen und Kinder. Da. Okay. Na gut. Ähm, wenn ich das jetzt wieder auswendig wüsste, was brauchen wir zur Reparatur für diese Fahrzeuge? Na gut. Momentan, äh, wird uns das Spiel das dann auf jeden Fall mal sagen. Und da steht es ja auch da, ne? Wir sollen Häuser bauen für alle Familien, die hier in dem Camp wohnen. Bevor der Winter kommt, ne? Also, ähm, warte mal, dann müssten wir, weil wir ja das brauchen, müssen wir auf jeden Fall mal das vorziehen. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, wir machen auch keine 20 Minuten oder 30 Minuten Video. Wir werden, äh, bei 40 Minuten werden wir dann das Video beenden, damit wir ein bisschen was überhaupt sehen von dem Spiel. Ihr wisst ja, so Simulations- und Aufbauspiele können also gut und gern langatmig sein. und die ganze Zeit, äh, denen nur zuzugucken, macht mir zwar Spaß, weil ich das Spiel ja spiele, aber euch, äh, die dann vorm Bildschirm sitzen, äh, und da stur zugucken, äh, für die ist das natürlich jetzt nicht unbedingt jetzt gerade das Highlight. So, jetzt fangen wir sie da unten an zu bauen. Okay, da können wir also einsetzen, äh, Arbeiter und wir werden Arbeiter, Arbeiterinnen werden wir nehmen, weil die Männer brauchen wir ja so zum Arbeiten. Und da werden wir zwei Frauen einsetzen, die schon mal dieses Riet und Thatch ähm, ernten, beziehungsweise, ja, dieses Schilfgras schlagen und dann trocknen, äh, dass es Riet wird, ne? Gut, die sind also echt fleißig hier am Werkeln. Also, die Hütte, die steht schon einmal fast, ne? Da zieht schon, glaube ich, jemand ein und dann könnten wir gleich, äh, die nächsten Häuser planen, damit wir hier weiter vorankommen. Wir haben also drei Häuser mit Gärten. Drei Häuser mit Gärten. Dann machen wir, dann machen wir jetzt mal drei Häuser ohne Gärten. Ähm, mal rotieren und dann legen wir nämlich hier eine Straße durch und das darf ruhig ein bisschen großzügig sein. Nein, du Trollkopf! Hab ich's mir doch wieder nicht gemerkt. Hab ich's mir doch wieder nicht gemerkt. Ich muss doch erst F1... Nein, muss ich nicht drücken. Ne, das gibt's diesmal nicht. Too long, was heißt too long? Hehe, keine Ahnung. Äh, achso, da gibt's kein F1, weil wir, weil wir ja kein Grundstück haben. Okay, ja, dann machen wir das hier so. Machen wir das so. Right click, left click to place. Hab ich doch. Du hast too long. Was ist zu lang? Wer, wie, was, wer, wie, wo, was ist zu lang? Das ist doch kein Zeug. Place ist besetzt. Okay. Eine breite Straße machen. Hat er das jetzt dahin? Ja, ja, der hat das dahin gemacht. Okay, alles klar. Alles klar. So, dann tun wir gleich mal das nächste Häusle hinsetzen und dann lassen wir natürlich jetzt auch mal ein bisschen frei. und dann werden wir uns der ganzen Sache mal etwas, etwas angleichen. Nein, nein, man muss, so, und dann wollen wir gleich das nächste Haus. Das können wir eigentlich so lassen, ne? Machen wir hier. Er ist schon ganz schön breit, der Weg, ne? Eh, ja, ist ja wurscht. Dann machen wir vier Häuser da hin, ja? Edgy Page. Machen wir vier Häuser hier hin. Irgendwie. Naja, ist ja wurscht. So, auf jeden Fall bauen die da jetzt erst einmal Häusle hin mit Garten. Okay, alles gut. Ähm, dann, machen wir hier oben, machen wir weiter. Dann machen wir aber hier eine Straße durch. Dann machen wir hier die Straße durch. Und dann, dann machen wir da eine Straße durch. Und so. Und so. Und so. soll mir denkt nur noch drehen da wollen wir die straße durchlegen so nein jetzt hast du das wieder verkehrt gemacht paulchen 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 panda was sollte es nur mit ihr werden muss dich doch schämen vor deiner community wenn du so ein kack baust und einfach dir nicht merken kannst dass du f1 drücken muss so kriegt der weniger quadratisches nicht so und das müssen wir wieder weg drehen irgendwie ist doch das schief irgendwie und es sein aber das ist doch doch schief also so oder mal die stellen wir jetzt hier drüben hin so und dann die ender taste nicht vergessen juli sind okay juli sind dann klatscht man denen normaler haus hin f1 leute ich hab's mir gemerkt ich hab's mir gemerkt der eine halte größeres grundstück und der andere halt nicht da kann ich aber auch nichts dafür das ist halt so in ost trifft ist das halt so naja so ist doch das halbwegs gerade ok das hast du nicht vergessen jawohl 1 2 3 4 5 6 7 8 haben wir jetzt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dann bauen wir doch da oben klein noch mal für eine neue familie das ist doch verdammt schief alles naja gut ist halt so die die haben halt schlechtes augenmaß werde ich immer sagen das war schief doch alles schief warum ist das dach gerade und das haus schaut irgendwie schief aus na gut in der taste so dann hätten wir eigentlich genug erst einmal an wohnmöglichkeiten wie weit sind wir denn schon bei 38 und bei 40 habe ich gesagt machen wir schluss ne ja dann lassen wir die jetzt hier noch ein bisschen rumwerkeln und ich werde mich dann langsam von dem ersten teil ost trifft verabschieden wenn es euch gefallen hat dann lasst mir das in den kommentar lesen macht däumchen hoch dann sehe ich es auch wenn es euch gefallen hat wenn ihr fragen habt ja schreibt einfach in die kommentare was ihr für fragen habt ich werde es versuchen zu beantworten und dann werden wir mal schauen wie weit wir hier kommen und hier wird natürlich schon kräftig angebaut und wir sehen ja alles was die hier haben ne was angepflanzt wird und das können dann die leute die keinen garten haben die können sich das dann kaufen ne die müssen natürlich mehr grundsteuer zahlen ist ja logisch weil die einen garten drum herum haben also größeres grundstück dafür können sie aber auch ihr zeug an die verkaufen ne die weniger grundsteuern zahlen weil sie eben fast keinen grund drum ums haus haben ganz einfach ne so die laufen hier wie die geisteskranken rum alles klar was schreiben sie denn da 5 5 5 5 5 ok will your house a brain will treat dekoration your settlement ja die kriegen schon noch ihre dekorationen ist jetzt noch nicht so wichtig ne so 40 minuten ok ich habe schon ganz leicht überzogen dann sage ich erst einmal holt trio bis zum nächsten video tschüss bye bye arivideji euer old gaming dad und jetzt müssen wir noch abschalten irgendwie